Sommer 2012 per LKW erreicht ein automatisiertes Lagersystem Marke Modula. Die Wäscherei Spremberg. Der vollautomatische Lagerlift ist ein Erzeugnis der Firma System Deutschland GmbH. Er spart uns 200 Quadratmeter Fläche und hilft uns, genau Ihre Wäsche trotzdem schnell zu finden. Der 6 Meter hohe Lagerlift umfasst insgesamt 24 Lagerpaneele und vereint die bisher vielen kleineren Einzellager der Wäscherei Spremberg. Damit entfallen längere Lade- und Laufzeiten für das Versandpersonal. Insgesamt steigt die Produktivität im Versand dank der neuen Technik um 20 Prozent. Erklärtes Ziel der Wäscherei Spremberg war die gestreute Speicherung, bei der ein bestimmter Ort elektronisch mittels Suchalgorithmus errechnet wird. Heißt, dank spezieller Computersoftware weiß man immer ganz genau, welcher Posten welches Kunden an welcher Stelle liegt. Den Aufbau des Lagerlifts erledigte völlig reibungslos das Montageteam TIM. Nach zwei Wochen Bauzeit konnten die Lagertürme in Betrieb gehen. Sie verfügen über exakt 368 Lagerplätze, die nummeriert und damit eindeutig zu identifizieren sind. Zur Einlagerung der Wäsche nötig sind erstens ein Postenzettel und zweitens ein dem Lagerplatz zugeordneter Strichcode. Jeder Postenwäsche fährt im Turm automatisch auf seinen Lagerplatz und wird dort abgelegt. Die Abschottung von Staub aufgrund der Verkleidung des Turms ist dabei ein wesentlicher Vorteil gegenüber der bisherigen Lagerung. Die Ansteuerung an die Software unseres elektronischen Enterprise Resource Planning Systems ERP programmierte die Albos Computer GmbH. Das Ganze funktioniert reibungslos und fügt sich unmerklich in das ERP-System der Wäscherei Spremberg ein. Resultat, was bisher mit halbstündigen, aufwendigen Wegen in der Produktion durch den Versand realisiert wurde, ist nun mittels eines Knopfdrucks erledigt. Und zusätzlich wird uns noch mittels Lichtzeichen angezeigt, in welchem Lagerplatz sich ein angefordertes Wäschestück befindet. Auch die Entnahme der Wäsche wird mittels Scanner erfasst, dazu auch der frei werdende Lagerplatz, sodass er sofort wieder für eine neue Einlagerung zur Verfügung steht. Natürlich reduziert das den Aufwand in der Produktion erheblich, auch durch den Umstand, dass der Lagerlift von zwei Seiten bedient werden kann. Heißt, auf der einen Seite einlagern, auf der anderen entnehmen. Einen besonderen Dank der Albos Computer GmbH für die schnelle und unkomplizierte Einbindung in unser ERP-System, sowie Nico Kavain von der System Deutschland GmbH für die kompetente Beratung, sagt die Wäscherei Spremberg. Und zwar auch die ganze Zeit, aber auch die Quäse nicht bedient. Und zwar auch die Wäscherei Spremberg, wie es der Kappel gibt, aber auch die Kappel gibt, aber auch die Kappel gibt. Und zwar auch die Kappel gibt, aber auch die Kappel gibt, aber auch die Kappel gibt.